Hallo und Willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Ja, wir sind in dem Lager. Wir erkunden das mal. Wermut habe ich gefunden. Danke. Ich könnte ihr Wasser klauen. Ist das ein Grafik-Bug oder warum sieht das, ist das Ding unsicht? Ah, das ist, weil sie markiert war. Was ist denn eine gute Idee? Wir sind hier im fremden Gelände. Wenn wir zu schnell machen, bekommen wir mehr Probleme, als wir bewältigen können. Das ist eine Art Gefahr, die ich gut bin. Ich kann es kämpfen. Reste gut. Wir brauchen unsere Kraft. Ich werde das nach Hause glauben. Im Koop hatte AK dasselbe Problem. Da musst du nochmal raus und rein gehen. Aber das bin ich ja gerade. Ich gehe einfach nochmal. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich zu weit weg war. Ich probiere es trotzdem mal. Weil, vielleicht ist es ja doch ein Bug. Ne, wer weiß. Und laden wir einfach nochmal schnell neu. Dann äh. Und aí? Untertitelung. BR 2018 So, nö. Kann ich noch mal mit ihr reden? Oh, krass, ja. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Wirst du es irgendwann vergessen haben, ist die Frage? Hey! Eine Reisetour. Was ist denn da drin? Oha! Einfach mal hier sortieren gerade. Ist es sinnvoll, mehrere Reisesäcke dabei zu haben? Wo dann Zeug drin ist? Was ist eigentlich in dem Rucksack drin? Guck mal, Essen. Hey! Und Seil. Mist. Komm, ich nehme mal alles mit. Und jetzt... Machen wir den mal voll, ja? So, ich mache den mal... Kann ich den mal verschieben, bitte? Ah, da, okay. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die schnell da rein zu... Machen? Ans Lager senden. Zu Waren hinzufügen. Nee. Ach so. Aus Waren entfernen. Das heißt, da kann ich die später... Ich will die eigentlich hier so schnell rüberziehen. Mit einem Klick. So, Vorratspakete. Moment, ich kann hier die komplett voll machen. Der sieht mir besser aus. Sonst nehmen wir den. Einmal das Lager sortieren, ja? Muss doch sein. So, haben wir hier noch Essen. Ja, hier... Das heißt, ich bin nur gewichts... Begrenzt. Wasserzelt wohl nicht... Ah, hier ist noch was. Knoblauch. Man kann hier tatsächlich scrollen. Ach so, ich dachte, die wären begrenzt. Können die doch mal aufeinander stacken. Stacken die auch? Nee, die stacken nicht. Kaffee. Kaffee. Der gute Fisch. Man kann... Der... Man kann hier echt immer weiter reinklatschen. Maske des Gestaltenwandlers. Wo ist denn der Hut? Hier. Plus eins auf Geschicklichkeitsrettungswürfel. Schicklichkeitsrettungswürfel. Eine Weinkaraffe. Hier ist noch irgendein Alkohol. Einfaches Gift. Gift. Okay. Dann ist der Beutel durch. So, was ist denn in meinem Alchemie-Beutel alles drin? So komische Sachen. Gut, ich schätze mal, dass die selber sich da reinpacken. Ich habe drei Schlüssel. So, hier habe ich so ein Kleidungsding. Nadel des Schurken. Eine Laute. Ich tue dieses Ding mal wieder hier rein. So. Ich überlege gerade, ob ich die ganzen Tränke... ...in den Rucksack hier... ...oder was in den Rucksack rein soll. ...wird ja Sinn machen, wenn hier dann die ganzen Tränke und so reinkommen, ne? Damit das Inventar einfach nur ein bisschen aufgeräumter ist. So, dann machen wir hier die ganzen Tränke rein. Krass, ich habe sogar einen Trank des Fliegens. So viele Tränke. So, die Sachen sind wertvoll. Die muss ich auf jeden Fall behalten. Das hier alles ist... ...Plunder. Das kann alles weg, oder? Öl. ...Tue ich mal auch hier rein. Chemistenfeuer. Die Knollen. Tun wir auch mal hier rein. Ein Blutstein. Warte, ich lasse noch mal sortieren. Warte, ich lasse noch mal sortieren. Die leeren Knollen auch hier rein. Dass das nicht automatisch stackt, wenn ich sage, der soll sortieren. Tintenfass scheint hier gar nicht mal so wichtig zu sein. Seil auch nicht. Normalerweise kannst du das ja benutzen dann, um dich irgendwo die Kerzen... ...behalten wir auch mal. ...um dich dann wo abzulassen und so. Gut. Aber dann haben wir das Inventar auch erst mal ein bisschen aufgeräumt. Alter, ich habe drei Inspirationen. Hm. Ich könnte einen Schlafsack noch mitnehmen. Brauche ich aber, glaube ich, nicht. Zu Bett gehen. Dann reden wir mal mit Astarion. Scheint so, dass ich auch wieder hier, äh, zu schwer bin. Magische Sachen behalte ich tatsächlich erst mal. So, den restlichen Kram lasse ich erst mal bei mir. By the way, kannst du dir jetzt eigentlich alles... Ach krass, ich kann die auch steuern jetzt hier. Was ist denn bei dir im Reiserucksack drin? Ähm, Vorräte, okay. Ne, ich will, äh, zu ihm. So. Kannst du... Lernen. 100 Gold kostet er, okay. Dann mach zuerst die Spiegelbilder. Wichtig. Was soll der Geiz? Alles Gelernt hier. Guck mal, so gehen wir mit Gale um, ne? So, dann reden wir mal mit Astarion. Lernen. Shadowheart seems jumpy. Must not relish the thought of sprouting tentacles. Understandable. Can't say I'm a fan either. It's just hard to join in when all of this feels so new. Die Nacht bedeutet normalerweise bustlinge Straßen, tavernige Tavernen. Die Köln auf dem Dürbchen und resten ist, ähm, ein kleines Novel. Versuch das, wir müssen morgen ausgeruht sein. Ich bin noch nicht in einem Ort, um zu resten. Heute war es viel. Ich brauche ein bisschen Zeit, um Dinge zu denken. Um das zu processen. Du schlafen. Ich stehe auf. Danke, ich werde umso besser schlafen. Das Freude ist alles mein. Schöne Träume. Fleckige Handtücher. Ein Monster formt in uns. Sie mag mich, glaub ich, überhaupt nicht, oder? Sie mag mich ganz und gar nicht. Ich habe Wasser gefunden. Wasser geklaut. Was ist denn hier hinten? Die kann man wahrscheinlich, wenn man im Koop spielt, eine Duelle machen. Invasionspläne für die Schwertküste. Diese Karte der Schwertküste reicht von den dichten Wäldern vom Tettier bis zum kalten Grad der Welt. Die Topographie der Karte ist, ob der uralten Tinte und des ständigen Weiterreichens von einer sterblichen Hand in die nächste verblasst. noch ein Bücherregal, noch ein Bücherregal. Ob hier schon die neue Gefährte kommen, ob das hier noch weiter ausgebaut wird, oder? Oh, hier ist noch ein Lagerkasten. Sekunde. Nochmal Wermut. Ein Ball. Eine Schale. Eine Kristallkugel. Ein Teleskop. Naja, eigentlich war es doch ganz interessant. Go to hell. Euch auch einen schönen Abend. Go to hell zu einem Tiefling, sie sagen, ist auch interessant. Euch auch einen schönen Abend. Ha! Du bist ein guter Sport. Go to hell. Eine everyday-Expression. So trivial, es ist almost meaningless. Aber wir haben hell gesehen. Es ist real. Und es ist nicht trivial. Was drängt ihr gerade? Schweigen und ins Feuer schauen. Oh, das ist ein guter Sport. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. es wird schon werden wir finden jemand der uns helfen kann kann ich schon mal mit dem reden ich probiere das auch noch mal mit astarion ich glaube ich habe mir noch nicht zweimal mit dem ich habe die letzte addition zu unserem kleinen gruppe leisel ist leute erzählten mir etwas von euch gut dann gehen wir schlafen so ich muss 40 voll kriegen es gibt einen schönen ja schönen wein bisschen fisch heute ist der fischtag hat irgendwas fünf und einen schönen käse aus die worte wein mit fisch und käse wer mag es nicht den habe ich ja vorher doch gar nicht gesehen das sieht aber kacke aus kann man den kopf ausblenden bei dialogen der helm sieht echt kacke aus so ich kann jetzt hier mit toten sprechen ich habe auch eine mage hand weißt du was wenn wir eh im lager sind das wird die lager folge dann können wir hier mal unsere eigene liste erstellen also wie machen wir das am besten ja das macht er glaube ich selber ne also wenn ich meine eigenes habe was ist will ich vorne haben wahrscheinlich erstmal normalen angriff normalen boden angriff dann hätte ich gern den hinterhältigen daneben so jetzt habe ich ja hier noch so besondere sachen ein schwächender schlag ein durchbohrender schlag ein schwung und ein schenkelschuss so das sind alles bohne nee das sind aktion das ist eine auch eine aktion so die kann ich aber nur einmal pro kurze rast machen so hier kann ich meine waffe in bestimmte sachen eintauchen manchmal hier hin so dann verstecken ganz wichtig stoßen hier so werfen improvisierter nahkampf machen wir erstmal spurten und disengage dann machen wir hier springen hin und den improvisierten nahkampf auf nicht tödliche waffen wechseln mache ich mal hier hinten die mage hand machen wir auch hier hinten mit toten sprechen und disguise self die kommen jetzt alle hier hinten hin ich glaube die macht er automatisch so damit hätten wir zumindest die sachen jetzt kommen noch inventar sachen was ist zum beispiel bei dem hier die rolle der wiederbelebung ja macht sinn die schaufel macht er glaube ich auch automatisch brauche ich jetzt nicht die tränke dann muss man sich natürlich auch gewöhnen so heiltrank finde ich wichtig das öl und die kerzen tue ich mal mit rein dann rutschen die nachher aus und dann werfen wir die kerze rein dann brennen die noch die nehmen wir in die hand und werfen die dann das ist eine aktion ok sind nach typ sortiert ok ja ich glaube wenn ich was anderes noch nutzen will hier kann ich die waffe mit gift überziehen klingt interessant nehmen wir mal rein passt zu einem schurken ich glaube die anderen das nämlich er vorher das nämlich vorher das könnte man noch während ist eine bonus aktion die granaten zum werfen ja ich glaube die nehme ich dann irgendwo muss ich mal im kampf ausprobieren ob ich das inventar öffnen kann so wie hier weil dann könnte man die sachen auch so rausnehmen ich lasse es jetzt erst mal so das wird alles vertickt so ich bin kein level aufgestiegen dass ich mich immer noch wie verlasse ich denn das camp hier runden basiert lager hast lange rast wie kann ich das camp verlassen gibt es einen ausgang oder hier lager verlassen alles klar was ist mit dem der hier der ist abgehauen gut dann gehen wir mal rein oder er wurde noch gekillt ich hab bitte einlass ich hab bitte einlass wenn die seite ich bin nicht ich bin ich bin ich bin Und wenn Dinge so schwer wurden, konnte er nicht weiterhelfen. So einfach als das. Mein Gott, du bist ein Kerl! Das Menschens-Ei-Twitcht. Er ist um zu blöden. Gewalt bringt die Toten nicht zurück. Hört auf und denkt nach. So, das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Warte, ich speichere mal. Die reden immer weiter. Oh, die reden dann trotzdem weiter. Also bis dann. Tschau.